Ich wurde auch gefragt, ob denn jetzt der Fabian mein Prinz Charming wäre und ich habe auch geantwortet, nein, ist er nicht. Ein neues Video, meine Lieben, und ich dachte, wir fangen dieses Jahr bei Prinz Charming so direkt von Anfang an richtig an und deswegen habe ich mir einen Kandidaten ausgesucht, bei dem ich so dachte, mit dem möchte ich unbedingt mal sprechen. Das ist Thomas, ich bin sehr gespannt, ja, was jetzt hier rauskommen wird schon nach der ersten Folge. Ich habe schon so ein paar Themen in meinem Kopf, wo ich mir so denke, da werde ich ihn gleich noch drauf ansprechen. Und er hat noch keine Ahnung, deswegen lehnt euch schon mal zurück. Es dürfte auf jeden Fall sehr interessant und spannend werden. Ihr Lieben, willkommen. Willkommen, Thomas. Servus, Ramon. Na, wie ist es? Ja, aufregende Zeit momentan. Ja? Ja, schon sehr. Du warst, wir dürfen uns übrigens gerne einen Daumen nach oben geben, sehr gerne Fragen stellen, die vielleicht nicht beantwortet wurden. Und dürft ihr ihm bei Instagram folgen, alle Infos sind in der Infobox. Du warst gestern beim Public Viewing in Köln. Genau. Wie war es? Wie war es? Auf der Herren jetzt eine Rasse. War mega. Wie ist das, wenn man sich das erste Mal auch selber so auf so einem, naja, ich will, ja, was sagen wir, beim Fernsehen sieht. Ist das ein komisches Gefühl? Eindeutig. Also für mich war es schon sehr seltsam, weil ich bin zwar jetzt schon ein paar Mal vor Kameras gewesen für Fotoshootings, aber es ist halt doch was anderes, als wenn du plötzlich auf dem Live-Bild bist, wo man halt doch alle Facetten sieht, die mimiken. Warst du eigentlich auch mal, das fällt mir jetzt gerade so spontan, warst du auch mal bei, wie heißt diese Sendung, Take Me Out? Nein, Take Me Out war ich noch nicht. Okay, gut. Weil das ist ja immer so eine kleine Pipeline gefühlt, ne? So Take Me Out und dann Prince Charming. Hast du die anderen Staffeln Prince Charming verfolgt? Tatsächlich eher nur die letzte Staffel, aber auch erst nachdem ich wusste, dass ich eventuell als Kandidat in Frage komme für die vierte Staffel. Moment, das heißt, du hast die Sendung nie so richtig verfolgt, aber hast dich dann schon beworben? Genau. Weil du einfach so Bock hattest oder was war so der Anreiz? Also tatsächlich, weil ich Bock hatte. Ich war letztes Jahr, im Juli, war ich mit einer guten Freundin, einer Drag-Freundin, der Samantha Gold, war ich auf der Prince Charming Gay Cruise, das ist so ein Reise-Event. Was alles gibt, erzähl. Und ich meinte dann einfach nur, hey, wenn wir schon hier auf dem Schiff sind bei Prince Charming, warum bewirbst du dich nicht bei der Show? Und ja, aufgrund dessen ist die Idee geboren. Okay, also ist dann dieses, das musst du jetzt ein bisschen erklären, heißt das, also diese Kreuzfahrt nur so oder was das ist, oder ist das quasi direkt, hat das was mit der Sendung auch zu tun oder ist das Zufall? Also es ist Zufall, das hat nichts mit der Sendung zu tun, die haben anscheinend sogar vor dem Sendungsnamen diesen Namen sich gewählt und ja, das ist halt einfach nur ein kleines Boutique-Kreuzfahrtschiff gewesen mit zwölf Kabinen, war aber wirklich super nett und lustig. Ja, da ist man dann in der Woche unterwegs oder wie? Genau, eine Woche von Split nach Dubrovnik, da sind wir die komplette kroatische Küste entlang, ein paar Inseln abgeklappert. Okay, das heißt man geht dann da auch so wie bei einer normalen Kreuzfahrt, guckt sich halt so ein paar Sachen an, der einzige Unterschied ist, dass in erster Linie quasi nur homosexuelle Männer auf diesem Schiff sind. Genau, und abends nicht Dragshows, also es war richtig mega. Krass, okay, und da habt ihr dann gesagt, Prince Charming 2022, du bewirbst dich. Genau. Krass, du hast in einem Vorstellungsvideo gesagt, du kommst aus Österreich, ne eigentlich? Genau, Österreich, Salzburg. Wie ist denn das so in Österreich? Ich meine Salzburg ist ja jetzt auch, ist schon eine große Stadt, wie ist da so das queere Leben? Ja, also tatsächlich gibt es jetzt nicht allzu viel, also es gibt jetzt glaube ich zwei, drei Schwulenbars gerade mal, aber so richtig hier Fortgehmöglichkeiten gibt es für uns gar nicht. Die meisten fahren halt nach Wien oder München. Okay, ja gut. Aber wenn man jetzt jemanden kennenlernen will, als Beispiel in Salzburg und man benutzt eine App, lass uns mal sagen, man benutzt Grindr so, ist glaube ich die gängigste App, die irgendwie jeder benutzt, wenn er solche Apps nutzt. Werden da viele Leute angezeigt oder eher wenig? Ja, schon. Also es ist schon einiges. Also ich bin jetzt selber, habe ehrlich gesagt der Grindr selbst noch nie verwendet und bin auch nie auf Datingplattformen, aber es werden doch einige angezeigt schon. Aber klingt trotzdem so, als wenn es komplizierter ist, jemanden kennenzulernen dort. Weil wenn du jetzt sagst, okay, wenn man als Beispiel was unternehmen möchte, dann fährt man nach Wien, das geht ja mal noch. Oder nach München, das ist ja schon eine Distanz, oder? Wie dann fährt man da? Vier Stunden? Ja, so nach Wien fährt ich glaube ich dreieinhalb Stunden locker und nach München so eineinhalb Stunden. Okay, krass. Also alles nicht so einfach. Ja, also es wird relativ schnell eigentlich mehr aus dem Umfeld angezeigt, jemand, wenn man online halt daten möchte. Du hast gesagt, und das fand ich irgendwie auch interessant, ich glaube, ich kriege jetzt kein 1 zu 1 Zitat hin, aber wenn ich es jetzt gleich sage, wirst du wissen, was ich meine. Du hast mir sowas angedeutet, dass du auch bei heterosexuellen Männern ganz gut ankommst. Genau. Erklär mir das mal, wie du das gemeint hast. Ja, das musst du mir jetzt ein bisschen erklären. Ja, also man merkt es halt, wenn ich mal mit Freunden halt normal in einer Bar bin, wo, ich sage jetzt mal, nicht eine queere Bar ist, dass tatsächlich dann halt auch mich Männer ansprechen, natürlich meist auch ab einem gewissen Alkoholpegel, kamen halt ab und zu so Sätze wie, also ich stehe nicht auf Männer, aber ich muss echt sagen, du bist so ein hübscher Mann. Und ab und zu kam auch schon mal, darf ich dich küssen? Also das hatte ich auch schon tatsächlich ein paar Mal. Das ist interessant. Also das heißt, okay, aber das sind dann Männer, weil du gesagt hast, hetero, die sich quasi selber, wenn man sie jetzt fragt, was sie für eine Sexualität haben, die labeln sich als heterosexuell. Genau, richtig. Interesting. Okay, gehen wir mal zurück zu Prince Charming. Was macht man sich so für Gedanken, wenn man weiß, dass so der Einzug, oder sagen wir mal nicht der Einzug in die Villa, sondern eher, wenn man so die Kandidaten trifft. Ich meine, ihr wart halt auf diesem Schiff. Klar, irgendwann muss man dieses Schiff betreten. Das heißt, ihr habt euch ja vorher schon mal irgendwie getroffen. Ist man da aufgeregt? Genau. Ja, wir waren ganz kurz natürlich gemeinsam halt auf die Anreise zum Schiff. Aber es war extremst aufregend natürlich, weil wir haben halt nicht wirklich miteinander gesprochen. Sollte man ja auch nicht so viel, dass man halt sich dann näher kennenlernen kann. Und da schaut man halt schon so in die Runde und fragt, vergleicht sich halt automatisch auch. Kommt man vielleicht eh gut an? Natürlich kannst du erst mal nur optisch gehen. Passe ich überhaupt rein in das Format? Und ja, das macht schon einiges mit einem. Das ist mit dem Vergleich nicht interessant, weil wir wissen ja jetzt, wer der Prince Charming ist. Und das wusstet ihr zu diesem Zeitpunkt nicht. Und viele haben ja auch bemängelt, so ja, der Cast ist nicht so divers, wie man sich das vorstellt. Wenn man jetzt, weil du gerade gesagt hast, man vergleicht sich, man guckt so die Männer an. Hat man da ein Gespür dafür, in welche Richtung das gehen könnte? Weil es ja schon eine größere Gruppe von Männern gibt, die aber schon so ein bisschen ähnlich aussehen. Ja, ich muss ehrlich sagen, gar nicht. Am Schiff habe ich mich ehrlich gesagt sogar teilweise so fast schon viel am Platz gefühlt. Ich dachte mir so, wow, wo bist du jetzt hier gelandet, ne? Ja, weil ich bin halt nicht so der extreme Szene-Gänger. Ich bin jetzt auch nicht so stark in der Queeren-Community vertreten. Ich habe zwar mit Drags zu tun und bin auch selber von Samantha Gold eben bei der G-Club oft dabei, bei ihrem Event, was sie ja aktuell angefangen hat halt zu entwerfen, sag ich mal. Aber ich habe halt noch nicht so diese Berührungspunkte. Und ich habe halt sofort gemerkt, die haben alle gleich connected. Die wussten, worüber reden wir. Und die waren halt einfach schon so richtig pfiffig drauf. Da merkst du, die gehen halt wahrscheinlich auch gerne fort. Also so ist halt mein Eindruck gewesen. Und dann dachte ich mir halt schon, okay, so auffällig bist du nicht. Du bist eher zurückhaltend. Ja. Also sehr extrovertiert, würdest du sagen, war die Gruppe auf den ersten Blick. Ein bisschen. Genau. Verspürt man da Druck, dass man sich so denkt, wow, okay, wir haben nur diesen einen Abend erstmal für den ersten Eindruck, damit der Prinz kommt. Und die sind alle super extrovertiert und es sind ja insgesamt 21 Männer, also 20 Konkurrenten für dich. Macht man sich da selber Druck, dass man denkt, man muss jetzt dann irgendwie spätestens, wenn man auf den Prinz trifft, nach vorne preschen, um nicht unterzugehen? Habe ich schon tatsächlich auch teilweise gedacht. Ja, ich habe mir selber die Frage gestellt, wie gehe ich jetzt vor? Spreche ich ihn an? Warte ich, bis er kommt? Also es war schon so eine Situation auch für mich. Und vor allem, man kennt ihn, wie du schon sagtest, ihn ja nicht. Wie sieht er aus? Was für ein Mensch ist er? Gut, das lernt man ja mit der Zeit kennen. Aber das macht dann wirklich schon einiges. Also mich hat es unter Druck gesetzt, ein bisschen. Aber ich hatte halt das Glück, dass Rira mich quasi an die Hand genommen hat und meinte, komm, wir gehen jetzt mal hin zu ihm und sprechen mit ihm. Und ich dachte mir nur so, gut, dann wäre der Schritt schon mal getan. Wie war denn der erste Eindruck, als ihr nur dieses, ich glaube, auf dem Tablet warst, ne? Da bekommt man ja so ein bisschen was gezeigt und man sieht ja nichts richtig. Was war da so dein Gefühl, was war das für ein Gefühl, für ein Eindruck? Ja, also ich war natürlich aufgeregt, nervös, dachte, okay, hm, aus Berlin ist doch ein bisschen weit weg. Voll, voll. Schauen wir mal. Dann doch eher München so, weißt du? Ja, richtig, ja. Da dachte ich auch so. Schauen wir uns mal an, was sonst noch kommt von ihm. Wie war der erste Eindruck, als er dann dort stand? So auf den ersten Blick? Für mich war es positiv. Okay, also wäre dein Typ. Ich dachte, okay, er trainiert gerne, weil ich gehe auch sehr gerne trainieren. Dachte mir, das ist schon mal positiv. Optisch fand ich halt für mich, dass er fast der hübscheste Prinz war. Aber rein, wie gesagt, nur oberflächlich betrachtet natürlich. Ja, es legitiert die Aussage. Man, du siehst ja nichts anderes erstmal, ne? Eben, genau. Und das ist aber auch das, ich wurde ja auch gefragt, ob denn jetzt der Fabian mein Prinz Charming wäre. Und ich habe auch geantwortet, nein, ist er nicht. Aber es könnte ja noch werden. Kommt halt auf den Charakter drauf an, was man kennenlernt, ne? Okay, aber was heißt, ist er nicht? Naja, weil ich halt doch auch mehr maskuline Männer mag. Also, er ist maskulin, aber so ein bisschen, er war halt sehr glatt, ne? Also, man hat natürlich am Anfangs nichts gesehen, außer halt, dass er keinen Bart trug. Und ich dachte halt so, okay, vielleicht ist er halt doch eben so top gestylt, vielleicht auch keine Brusthaare, Beine. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt noch nicht einmal, ob er rasierte Beine hat oder nicht. Aber da dachte ich auch, okay, wenn er komplett glatt rasiert wäre, das ist schon schade. Sonst so. Aber jeder, wie er es möchte, ne? Voll, ich finde, es muss ja auch gar nicht unangenehm sein. Ich weiß, es gibt immer Leute, die sagen, so, das ist so oberflächlich. Und natürlich ist der erste Eindruck nur die Optik. Und die Optik ist immer oberflächlich, weil man ja nie weiß, was sich dahinter verbirgt. Und ich finde es aber auch absolut legitim, dass man sagt, so, ich mag das eher so oder ich mag das eher so. Das heißt ja nicht, dass man das andere komplett ablehnt. Aber man hat halt einfach irgendwie so einen Geschmack, so wie, keine Ahnung, das ist vielleicht ein blöder Vergleich. Aber der eine trinkt gerne Cola und der andere trinkt halt nur Wasser, so, weißt du? Genau. Ist halt so eine Präferenz, die man, glaube ich, nicht so steuern kann. Aber das heißt, wenn du sagst, er wäre jetzt nicht so dein Prince Charming, wäre das jetzt nicht unbedingt ein Mann, dem du auf der Straße hinterher gucken würdest? Doch, also ich glaube schon. Also das auf jeden Fall. Doch ich denke einfach, das war vielleicht auch, warum dieser Gesamteindruck jetzt kommt halt eher. Und eigentlich sollte er dir ja gefallen, ne? Voll. Sonst wäre halt die Show auch für einen selber ja schnell vorbei, wenn du sagst, okay, passt, das ist gar nicht mein Typ. Und ich glaube, das hat auch ein bisschen mit reingewirkt, dass man halt sagt, okay, der sollte dir jetzt eigentlich gefallen. Erstmal, ne? Weil du es ja nicht weißt, wer kommt. Ja, oder besser gesagt, er muss dir gefallen. Ja, nein. In dem Fall, wenn du in der Show sein möchtest, ja, müsste er dir gefallen, natürlich. Ja, aber das ist halt auch immer so, ganz ehrlich, das ist ja bei jedem Format so. Ich denke mir auch immer so, also ja, er ist ein attraktiver Mann, natürlich, trotzdem ist es auch immer alles so Geschmackssache. Aber es ist schon sehr unrealistisch, dass 21 Männer ihn jetzt absolut als Traummann finden, so, weißt du? Ja. Oder? Denke ich auch. Also, das ist ja Quatsch. Weil jeder, der, wie du sagst, einen anderen Geschmack hat. Voll. Oder andere Werte, der auf dir dann auch legt, was auch das Optische, sowie auch das Charakterliche betrifft. Ja. Du hast dich auch mit ihm unterhalten? Ja, ich habe mich mit ihm unterhalten. Ich muss aber ehrlich gesagt auch sagen, dass es einfach wirklich zu knapp war. Weil das, was wir geredet haben, war halt nur kurz, wer bin ich? Was mache ich vom Beruf her? Und dann ist er eigentlich schon relativ rasch zu Srierer rüber geschwungen. Und die hatten halt irgendwo sofort eine Connection. Wie einschätzen, wie das jetzt ausgehen könnte? Oder was hattest du da für ein Gefühl? Also, tatsächlich habe ich mir halt anfangs gedacht, dass es halt recht schwer sein wird, in dieser kurzen Zeit halt 21 Männer so zu beurteilen, dass man sagt, passt, es connectet irgendwo oder da ist was zwischen mir und dem oder eben nicht. Ich dachte halt eher, dass vielleicht am Anfang doch mehr die Optik halt einfach zieht. Ja, wer bleibt mir einfach gerade optisch im Gedächtnis? Und den möchte ich dann halt näher kennenlernen, die nächsten Tage. Ich dachte halt, dass es doch eher so funktioniert vielleicht. Und war mir eigentlich doch irgendwo leider ein bisschen sicher. Und dachte mir, nee, ich gehe jetzt nicht nochmal hin. Wir haben ja gerade schon geredet. Lass mal die anderen machen. Kanntest du eigentlich jemanden von den anderen Kandidaten? Ich überlege gerade, nur Srierer kam mir halt bekannt vor. Und das haben wir dann auch besprochen. Und dann meinte er, ja, take me out eben. Aber sonst kannte ich jemanden von denen. Okay, also alle... Aber ich war schon aufgeregt, ob ich jemanden kenne oder nicht. Ja, vor allem, kann ich mir so vorstellen. Ich habe auch gar nicht realisiert, vielleicht kannst du mir dann noch ein bisschen auf die Sprünge helfen. Oder vielleicht kommt das auch noch. Kannten sich andere eigentlich untereinander? Ich glaube, wenn ich mich nicht recht entsinne, nicht. Nee, habe ich auch nicht so wahrgenommen. Das hat ja keiner gesagt. Ah, du bist auch da. Ja, ja, ja. Das wäre mir jetzt aufgefallen. Was? Aber wie du weißt, man kriegt auch nicht alles mit, was es läuft. Aber nicht offensiv, dass es mir jetzt aufgefallen wäre. Weil es wäre schon sehr unrealistisch, wenn sich keiner über irgendeinen, weiß ich nicht, Instagram oder... Keine Ahnung. Ich will jetzt nicht mal die anderen Apps nennen, nur du weißt. Stimmt, ja. Was ist das für ein... Also, du hast ja... Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, hast du dich eigentlich insofern sicher gefühlt, dass es vielleicht noch für die nächste Runde reichen könnte, oder? Genau. Ich dachte mir halt eigentlich, da Fabian doch auch maskuliner ist vom Auftreten her und gerne eben Sport macht, dass er vielleicht auch so eine Wertigkeit hat. Ja, hat sich ja dann herausgestellt, dass es doch nicht so war in dem Moment, ne? Und ja, weil ich fand halt einfach, dass Manuel, so wie ich halt, von maskulinen... Wenn man jetzt nur von maskulinen sein hergeht, halt am meisten maskulin waren. Und im Nachgang kam mir halt dann nur die Aussage, ich weiß jetzt nicht, ob es per Text war oder ob es bei einem Interview von ihm war, wo es halt geheißen hat, er freut sich schon, der Hahn im Korb zu sein. Tja. Was heißt das? Weil noch zwei andere Hänge dort sind. Ja, achso, jetzt verstehe ich, was du meinst. Ja. Hm. Wie war der Moment, als du dann wusstest, die Reise ist jetzt vorbei? Also, es hat mich ehrlich gesagt kurz wirklich tief getroffen. Also jetzt nicht persönlich oder so, weil ich dachte mir, okay, er kennt dich nicht. Ja. Ich nehme es mir jetzt nicht direkt persönlich. Ich war aber mehr frustriert, weil du ja doch die Quarantänezeit hast. Goll! Und dir noch Urlaub genommen hast und du gehst doch zu so einer Show hin auch, um weiterzukommen. Natürlich und einfach, ich muss ehrlich sagen, ich war ja dabei, ich habe es auch im Interview gesagt, ich habe gesagt, ich möchte eine geile Zeit haben, ich freue mich, die Jungs kennenzulernen, weil man kennt es jetzt doch vom Fernsehen und ich glaube, dass es ein mega Abenteuer ist. Plus, vielleicht findet sich die Liebe, sei es im Haus, habe ich gesagt, oder halt einer der Zuschauer, der denkt, hey, den Thomas finde ich süß, ich schreibe den an. Und man connectet sich dann nach der Sendung eben und plötzlich macht es bumm, ja. Und auch natürlich, um auch einen Schritt ins TV zu wagen, habe ich aber auch gleich offen, ehrlich gesagt, zu denen. Ich kann es nachvollziehen. Ich glaube, es ist bei jeder Show, egal wo du mitmachst, wenn du relativ am Anfang gehen musst, glaube ich, ist das blöd. Weil du hast jetzt ja unglaubliche Vorfreude. Du willst ja auch diese Zeit erleben und auch vielleicht die Leute kennenlernen. Und man hat ja, wenn man in der ersten Folge gehen muss, gar nicht die Möglichkeit, überhaupt jemanden kennenzulernen. Also weder die Kandidaten noch ihn quasi. Ja. Also nicht so intensiv. Also ihn natürlich weniger. Ja. Aber die Kandidaten hatten zumindest einige Stunden. Ja. Ist es leichter, diese Frage habe ich mir gestellt, weil bei Princess Charming war das ja in der ersten Folge nicht so, ist es leichter, wenn man weiß, dass man nicht alleine gehen muss? Ich glaube tatsächlich schon, ja. Wobei ich eigentlich echt auch verwundert war über dann die Auswahl natürlich. Und da ich ja auch der Zweite war, der gegangen bin, hat es mich noch mehr gewundert, dass dann Malung noch kam. Ich dachte mir so, wow. Aber mir war es halt klar, dass drei Menschen gehen werden, drei Personen, weil wir waren halt 21 auf dem Schiff und es waren halt nur 18 Betten da. Ah. Da habe ich schon gesagt, Jungs, ich glaube, drei gehen heute. Und es stand natürlich noch am Anfang so, am Boot stand von mir noch die Theorie, vielleicht ist der Prinz schon unter uns, weil wir sind 21. Das war ja auch noch das Nächste. Stimmt. Ja. Hast du ganz schön gut mitgedacht. Ja. Ich habe es versucht. Krass, ja, aber gut. Ja, das stimmt mit dem Boot. Ja, das hätte sein können. Aber auf der anderen Seite haben sie das letztes Jahr ja auch schon mal so ähnlich gemacht. Wäre jetzt die Frage gewesen, ob sie es nochmal machen. Aber ja, gut, hätte passieren können. Genau. Und bist du eigentlich dann die Nacht, seid ihr direkt abgereist? Also ich war noch dann einen weiteren Tag, noch eine Nacht in Rolos, auch mit Manuel und es hat mir extrem gut getan, weil wir haben halt dann einfach den Nachmittag, Abend genossen miteinander, sind halt am Strand spazieren gegangen und haben einfach das Ganze ein bisschen verarbeiten können, weil es halt doch wie so eine Bubble ist, in der du ja bist oder dich schon begibst, sobald du da mitmachst und dann bist du halt weg. Aber hast du es relativ schnell, weiß ich nicht, relativ schnell, sag ich mal, sacken lassen oder hast du dich noch ein bisschen beschäftigt? Also ich glaube, das hat mich locker einen Monat beschäftigt. Ah, krass. Klar, natürlich am Anfang, weil du kommst zurück, natürlich die engsten Vertrauten wissen, wo du bist, was du machst und sind halt schockiert, warum bist du jetzt schon online, warum geht meine Nachricht durch, was ist passiert und das ist halt dann schon nochmal hart, weil ja, niemand damit rechnet und man ja auch von seinen Freunden und Familie halt ein anderes Feedback bekommt und die dann auch sagen, was ist da denn los. Gut, ich meine, irgendjemand muss es leider immer am Anfang treffen, egal in welcher Show, ich weiß, was du meinst. Freut man sich dann auf die Ausstrahlung oder eher nicht, weil, weißt du, irgendwann werden ja die Namen bekannt gegeben, so und dann sehen das ja ganz viele Leute, die nicht wissen, wie weit du gekommen bist. Genau. Und freut man sich dann trotzdem auf die Ausstrahlung oder denkt man sich eher so, oh, jetzt nicht so, weil ich bin ja eh nur in der ersten Folge dabei oder ist es trotzdem irgendwie ein schönes Gefühl? Also ich habe, wie gesagt, mit mir da länger um einfach ein bisschen gerungen und habe mir das einfach auch, also jetzt nicht schön geredet, aber einfach mal realistisch vor Augen gehalten und mir gesagt, okay, wow, du bist von, ich weiß nicht wie viele Bewerber, über 9000, glaube ich, waren es, bist du unter die 21 Jungs gekommen. Das ist ja schon mal eine Mega-Leistung. Ich hatte es gefreut, dass ich überhaupt dabei sein durfte, dass ich schon mal so ein bisschen einen Blick hinter die Kulissen bekommen habe und dachte mir nur, okay, freue dich auf das, was du eigentlich erreicht hast, weil rückgängig kann ich nichts machen und habe mich somit natürlich auf die Ausstrahlung gefreut und alles und teilweise dachte ich mir dann schon bei der Szene mit dem Peniseis zum Beispiel, gut, dass du nicht dabei mehr warst, muss ich ehrlich sagen. Aber wahrscheinlich hätte ich es auch gemacht, wenn ich dabei gewesen wäre, weil wie gesagt, das ist eine andere Situation und du fühlst dich ganz anders, ne? Ich glaube, das Wichtigste ist bei solchen Sachen, dass man das auch einfach nicht persönlich nimmt. So, natürlich ist es blöd, wenn man am Anfang gehen muss, aber weißt du, es ist halt, es ist eine Gefühlssache, wofür man sich entscheidet und auch wogegen man sich entscheidet, weil man muss sich ja irgendwie entscheiden und ich glaube, dass es halt auch ehrlich gesagt in der zweiten Folge und wahrscheinlich in der dritten Folge, so von meinem Gefühl, genauso oberflächlich erstmal ist wie in der ersten, weil du hast ja trotzdem noch nicht alle kennengelernt, um beurteilen zu können, so boah, den finde ich jetzt aber charakterlich gut und es, weißt du, was ich meine? Richtig, ja. Deswegen sage ich das jetzt auch nochmal einfach so, weil du gesagt hast, ich kann nichts rückgängig machen, dass es glaube ich einfach ganz wichtig ist, dass es nichts mit dir zu tun hat und dass du trotzdem gut so bist, wie du bist, sondern... Auf jeden Fall. So, irgendjemand musst du halt gehen, weißt du? Und es heißt ja auch nicht, dass selbst derjenige, oder das ist ja bei allen Shows so, der vielleicht auf Platz 1 kommt, das heißt ja auch nicht, dass danach das Happy Life losgeht, weißt du? Ein bisschen, wer bei anderen Shows ist, ich meine, es gibt ja nun schon unzählige Staffeln von allen möglichen Datingshows und oft ist ja auch danach dann der Ofen aus, weil wenn man dann wieder aus der Bubble draußen ist und jeder so seinen Alltag hat, man dann vielleicht merkt, okay, in der Blase hat es gepasst, aber darüber hinaus nicht. Richtig, das stimmt leider, ja. Aber es glaube ich auch, dass es dann so im Endeffekt ist, egal wann du gehst. Voll. Und wie du sagst, mir war auch bewusst, okay, bist halt jetzt einer der Ersten. Natürlich, wie gesagt, innerlich vorbereitet war man halt nicht, man hat sich ja, man steht gerade so im Startloch und denkt sich so, jetzt geht es los und dann ist halt vorbei. Ist natürlich, wie gesagt, erstmal schlimm, aber ich glaube auch die Zweiten, die gegangen sind, am zweiten Tag wird es auch nicht besser gegangen sein. Nee, eben. Auch, glaube ich, der Zweitplatzierte wird genauso sagen. Ja, für den, das ist auch Blödsinn, also Platz zwei ist auch so. Voll, mit der andere Härte. Voll. Aber du wirst es jetzt wahrscheinlich trotzdem weiterhin verfolgen, ja? Auf jeden Fall, ich will natürlich sehen, was die Jungs so treiben oder getrieben haben. Ja, ich bin auch sehr gespannt. Dann danke ich dir schon mal für deine offenen Worte. Ich danke dir. Und ich bin auch gespannt, wie das weitergeht. Ja. Also, du bist noch Single, ne? Oh, ich wollte gerade einen Aufruf. Singlos. Okay, ich wollte gerade einen Aufruf machen, dass wenn man dich kennenlernen möchte, dass man dir ja schreiben kann, aber... Schreiben kann jeder. Schreiben kann jeder. Also, ihr könnt ihn gerne schreiben bei Instagram, aber, ja, wir lassen den Ausgang jetzt mal offen. So Fettnäpfchen lieben wir. Gleich erst das Interview und ich hau hier voll rein. Sehr gut. Damit es nicht noch unangenehmer für mich wird, als bisher, was jetzt nicht am Gesprächsverlauf lag, sondern einfach nur gerade an der Endsituation, beenden wir das an dieser Stelle. Also, ihr wisst Bescheid. Bei Instagram ist er in der Infobox verlinkt. Wir freuen uns auf euer Feedback. In diesem Sinne, auf Wiedersehen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020